Hallo zusammen zur folgenden Aufgabe. In 42 Jahren werde ich dreimal so alt sein, wie ich heute alt bin. Wie alt bin ich? Klicke kurz auf Pause, bearbeite die Aufgabe, gleich gibt es die Auflösung. Vergiss nicht dein Abo dazulassen und jetzt gibt es die Auflösung. Wie alt bin ich? Mein Alter soll mal X sein. In 42 Jahren ist ja mein jetziges Alter plus 42, also X plus 42. Dann soll ich dreimal so alt sein, wie ich jetzt bin. Also ist gleich dreimal mein jetziges Alter. Jetzt löse ich nach X auf. Dieses X muss auf die rechte Seite. Davor ist eigentlich ein Plus, ich rechne das Gegenteil auf beiden Seiten Minus X. 3X minus 1X sind 2X. X soll alleine dastehen, die 2 muss weg. Dazwischen ist eigentlich ein Malpunkt, ich rechne also das Gegenteil auf beiden Seiten geteilt durch 2. 42 geteilt durch 2 ergibt 21 für X. Ich bin also 21 Jahre alt. Schreibt mal in den Kommentar, ob ihr es lösen konntet. An dieser Stelle möchte ich mich noch recht herzlich bei all meinen aktuellen Kanalmitgliedern bedanken. Vielen Dank für eure Unterstützung. Teile niemals durch Null, aber teile dieses Video, wenn es dir gefallen hat. Bis zum nächsten Mal.